Moin Leute, Trimax hier. Heute mit dem nächsten Sneak Peek und das ist mein absoluter Favorit. Es wird noch weitere Sneak Peeks geben, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um in Zukunft nichts zu verpassen. So, ein neuer Modus in Clash Royale. Große Herausforderung steht hier schon. Ich habe jetzt schon mal diesen Modus gestartet. Man kann den jetzt nicht verlassen, erst wenn man dreimal verliert. Das ist ein Developer Account, hier zockt niemand, deswegen kann ich nicht ausscheiden. Ich kann euch das jetzt nur so erzählen und ihr seht hier den Bildschirm. Es gibt zwei Modus. Einmal eine kleine Herausforderung und einmal eine große. Für die kleine kauft ihr euch mit 10 Juwelen rein. Das ist nicht viel. Jeder Free-to-Play-Spieler hat 10 Juwelen übrig. Die große kostet 100 Juwelen. Auch das ist nicht wirklich viel. Ich glaube, das kann man mit 10 Tagen. Die Crown-Chest und die Free-Chest, da kriegt man ja Juwelen, kriegt man diese 100 Juwelen relativ schnell hin. So, folgendes. Man muss 12 Mal gewinnen für Platz 1, bevor man 3 Mal verliert. So steigt ihr dann immer weiter auf und spielt gegen immer bessere Spieler. Genau, ihr seht es hier. Niederlagen habe ich noch keine. Fortschrittsiege habe ich auch noch nicht. Ihr kauft euch rein. Ich habe mich jetzt hier für 100 Juwelen reingekauft. Das ist die große Herausforderung. Und ich habe jetzt schon 1400 Gold und 20 Karten sicher. Und mit jedem Sieg, mit jedem Sieg steigt das. Ihr seht es hier. Nächster Sieg. Kommt nochmal 500 Gold dazu und nochmal 10 Karten. Und falls ihr eine Herausforderung schaffen solltet und ihr kriegt diese 12 Siege hin, dann bekommt ihr bei einem großen Turnier 22.000 Gold und 1100 Karten. Bei einer 1100 Kartenkiste ist glaube ich 100% eine Legendary Karte drin, wenn nicht sogar 2. Ich weiß nicht genau. Also das ist ein unglaublich riesiger Preis, den man für nur 100 Juwelen und ich sag mal nur 12 Siege bekommt. Also eine richtig, richtig geile Sache. Dann gibt es natürlich noch das kleine Turnier mit 10 Gems, wo man sich reinkaufen kann. Da könnt ihr auch 12 Mal gewinnen, bevor ihr 3 Mal verliert. Und da bekommt ihr dann 2000 Gold und 100 Karten. Und auch das lohnt sich extremst. Ja, ich glaube, das wird so in die Richtung ausarten, sobald man 10 oder 100 Juwelen hat. Man kauft sich keine Kisten, man kauft sich kein Gold, man kauft sich nichts mehr. Sobald man in dem Spiel ein bisschen gut ist, kauft man sich in diese Herausforderungen rein. Ich freue mich darauf riesig. Das wird alleine auch schon den Stream- und YouTube-Kanal richtig aufwerten. Spätestens wenn ich einmal so eine große Herausforderung gewinne. Und ich kann euch dann so eine Kiste zeigen, wie man die öffnet wird. Also da ist auf jeden Fall schon eine Menge Action drin. Hat sich Supercell, finde ich meiner Meinung nach noch was richtig Gutes ausgedacht. Die privaten Turniere gibt es auch. Die wurden stark abgewandelt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon erzählen darf. Ich glaube, ich darf nur die Herausforderung zeigen. Auf jeden Fall, der Schwarzmarkt in Clash Royale, den wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Da hat Supercell was dran geändert. Ich weiß jetzt aber echt nicht, was ich davon schon erzählen kann. Auf jeden Fall erstmal nur die Herausforderung. Ist eine richtig, richtig geile Sache. Ich bin gespannt, wie das im Spiel ankommt. Ihr könnt ja mal eure Meinung, bitte, bitte eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Was ihr davon haltet. Von der kleinen, aber auch von der großen Herausforderung. Ich finde es gut. Ich finde es auf jeden Fall gut. So, das war es dann soweit. Lasst ein Abo da für zukünftige Sneak Peaks. Ich versuche da immer der Erste zu sein. Und ja, wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Alles klar, Leute, haut rein.